Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Ragù alla Bolognese. Das Ragù alla Bolognese, Ragù alla Bolognese ist die am meisten kopierte Soße der italienische Küche. Dieses Rezept stammt von Anna Maria Daimonari aus Bologna und wurde in der Effilé vorgestellt. Die Bolognese wird traditionell zu Tagliatelle oder anderen breiten Nudeln gereicht, die eine gute Verbindung mit der Soße eingehen können. Außerdem ist sie ein wichtiger Bestandteil der Lasagne und ähnlicher Gerichte. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Vollmilch, Salz, schwarzer Pfeffer. Folgende Utensilien werden benötigt. Großer Topf, Kochlöffel, Küchenmesser und Schneidebrett. Zubereitung Zwiebeln, Sellerie und Karotten würfeln, die Pancetta klein schneiden. Das Öl mit etwas Salz erhitzen, die Pancetta glasig andünsten. Zwiebeln und Sellerie dazugeben und dünsten. Nach ein paar Minuten die Karotten mitdünsten. Erst das Schweinefleisch, dann das Rindfleisch zugeben und anbraten. Tomatenmark, Wasser und einen Schuss Milch zugeben. Auf wirklich sehr kleiner Flamme mindestens zwei Stunden köcheln lassen. Gelegentlich umrühren und gegebenenfalls etwas Milch zugeben. Servieren Als Beilagen eignen sich Taliatelle Diese Varianten gibt es. Das Rezept Bolognese beschreibt die in Deutschland und Frankreich übliche Zubereitung. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!